Echter Patientenfall, heute Thematik Jojo-Effekt. Wie kann der entstehen? Es gibt also einen täglichen Jojo-Effekt. Ich bin die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Jojo-Effekt, wie kann der entstehen? Habe ich lange nüchtern Phasen, esse ich lange nicht, kriege ich Heißhunger und dann kann ein Jojo-Effekt entstehen durch das, was ich dann im Heißhunger schnell verzehre, meistens ja mehr Zucker, mehr Fett. In der Kombination. Oder Jojo-Effekt kann immer dann entstehen, auch täglich, wenn ich zu lange nüchtern Phasen habe, zu wenig esse und die Leber immer Ersatzzucker liefern muss, dann kann es auch zu einem Jojo-Effekt kommen. Das heißt, nicht nur ein klassischer Jojo-Effekt, den ihr kennt von klassischen Diäten, sondern der kann auch entstehen, täglich, wenn ich Mahlzeiten weglasse, zu wenig esse oder dann Heißhungerattacken habe und nachesse. Also ihr Leben, Essen einbauen, nicht vergessen. Denkt dran, Abo abschließen, nein, abonnieren. Ich hoffe, ich lerne das irgendwann nochmal und das Plus weg. Liebe Grüße und lieben Dank fürs Zuhören. Eure Sandra.